Yo, ich bin hier live vom Frankfurt Mainufer. Auf einer 720 Zoll Leinwand wird heute geschaut. Yeah! Coole Sache auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr unterstützt unser Team heute auch. Alles andere nennen. Bis denn! Ah, da ist die große Leinwand. Da geht's hin. Boah! Also, da sind wir. Hier kommt Platz. Champion hier im Sport. Scooby 2. Geiles Bild, Alter. Gefällt mir sehr gut. Hat was. So, bleibt dabei. Ja, und sieht aus wie im Film. Yes, exactly. Wenn ich 16 zu 9 machen will, mach ich einfach so. Ich würde sagen, darauf erst mal einen trinken. Juhu! Das wird auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ich hoffe, wir gewinnen das auch. Ja, wir haben heute gefahren. Wir werden noch ein bisschen Platz für euch frei. Direkt an der Main Stage. Ansonsten macht euch einfach schön kuschelig. Auf einen schönen Fußballabend. Ja, dann switch mal jetzt. Geile Stimmung hier. Komm litt mal zurück! Na, sie hat es wirklich angefangen? Sonst hat sich teilen. Zu wie schlauern meine Serien die Er restroom zu nurse nehmen. Mit gar schlauern. Ja, danke. Das ist der gewaltige Stadion, das ist ausführlich, wünschte ich Ihnen von ganzem Herzen und auch uns ganz leicht, weil wir uns heute sehr viel später waren, weil wir in Deutschland sind und jetzt sind wir diese Haare-Einspartner, wir haben einfach die Frage zu einfach, das ist nur gut. Das ist ein Hintergrund, das hat ja Jahrzehnte lang erfahren, du kennst dieses Stadion, du kennst ja abgeschwärts in Deutschland, du warst beim Sommerrein 2006 dabei, was ist deine Hoffnung für dieses Turnier, auch in Richtung der F***, ja. Das ist ein Rösser, die Bucks, 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 die Bucks. Das ist ein Rösser, die Bucks, 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 die Bucks Jaaaa! Wir müssen die Karte für den Tag zum Thema. Wir haben heute nur eine Hauptwegse für die Ebenzeit. Halt! 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 Rot, ich hab doch gesagt Rot. Yes, yes we did that again. Das sind die Zuchtbeam, das ist ein ganzes Zuchtbeam, der ich geholen habe. Das ist ein ganzes Zuchtbeam. Und das ist ein ganzes Zuchtbeam. Ich bin jetzt wieder da, in der Nitz game 2. Das war's für heute. Fünfte Sendershütter für Wintas Hufi im Sitzung der Küste. Da wollte ich Wimbo aber wohl mit reinnehmen. In dem Fall wird das Grant Hellig, der perfekt auflegt. Aber vom Tempo her, von der Zielstrebigkeit her, von der Gesamtammutung her. Die Hose ist schwer gemacht. Thomas Müller für ihn. Alles, was Rackens bei dem Vorfeld erdachte, ist aufgegangen. Die Hose ist schwer. Prost! Der geht noch! Glücklicherweise steigen wir tatsächlich. Der geht noch mal. Die Hose ist schwer. Der geht noch mal. Die Hose ist schwer. Der geht noch mal. Der geht noch mal. Den Wettbewerden. Sollen jetzt machen Sie ins��다 die Hochzeit so viel zuですか? Das war's für heute. Viel Platz, viel Zeit, legt der Ball ins Eck, da muss er hin, da geht er rein. Elgis Gant ohne Chance. Das Spiel ist aus! Der deutsche Fußballer hat die Erdmannschaft. Genau das 11. Spiel der Elgis Gant. 20-24 gegen Schottland mit 5 zu 1. Hier ist ein Bahn, wir fahren direkt nach Fulda. Geil! Sofort, Halbzigarette, danke. Das Feuer gehört mir. Ja, Frankfurt ist krass drauf heute. Yeah!